Komm, wink mal! Oder mach eine schöne Geste, komm, du bist voll im Bild! Er mag nicht. Schad eigentlich. Ich glaube, der würde mir jetzt liebsten eine aufs Maul hauen, und das kann er nicht. Schönes Töpfchen. Das ist ein Bauernzumpf, ein bisschen Haar, das ist ein Pferdeschwanz. Wir haben alles dabei, hier ist der Knoten in den Haaren. Entschuldigung, darf ich Sie was fragen? Ich habe einen Attest. Das habe ich im Auto jetzt für das. Presse, ich muss einmal durchblenden. Presseausweis. Ich möchte hier einen Ausweis sehen. Dann kriegen Sie nämlich jetzt von mir eine Anzeige wegen Behinderung der Pressearbeit. Würde ich gerne jetzt Ihren Presseausweis sehen? Dann habe ich im Auto liegen und der steht da unten in der Schuhe. Da hätten Sie mitnehmen sollen. Meinst du, ich habe das umsonst in der Hand und tausend Zuschauer? Das hat hier jeder in der Hand. Ja. Das hat jeder. Wo denn? Sag mir einen. Zeig mir einen. Ich möchte hier jetzt den Verantwortlichen sehen. Es gibt eine Anzeige wegen Behinderung an der Pressearbeit. Sie haben keinen Presseausweis dabei, das ist Ihr Problem. Hast du mal das Grundgesetz...